Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Zwarx Challenge! Wieder mit dem Flash-Shooter! Ne, stimmt doch gar nicht! Wie kommst du denn darauf? Doch! Keine Ahnung! Vielleicht einfach nur so, weil ich Langeweile... Ja, weil du wieder Langeweile hast, muss man über die Sounds... Und ich schau gleich... Achso, ich war ja hier irgendwo... Wo war ich denn? Weiß ich nicht... Achja, ich hab mich irgendwo unten ausgelockt... Ich hab grad mich auch dumm gewundert, wo ich war... Ist das schon wieder ein bisschen länger her, wo wir das letzte Mal gezockt haben? Letzte Woche, oder nicht? Ja? Ich glaube letzte Woche... Nachdem wir das Projekt aufgenommen haben, haben wir dann hier wieder gestartet... Ich weiß das gar nicht mehr... Jetzt ist das und dann das andere... Jetzt hast du nämlich mal NEIs, damit du hier die automatischen Items einsammeln kannst hier... Ist doch dreckig! Jo, so dreckig wie du! Du bist dreckig! Was ich jetzt machen würde, ich würde mir jetzt erstmal ne Angeln bauen... Warum gehst du jetzt erstmal ne Runde angeln? Ja, muss ich ja auch mal nicht schaffen... Ah, ich durfte ein bisschen Farm hier noch... Außer das ist jetzt gerade noch draußen dunkel... Aber geht ja wenn man schlafen gehen kann... Mir ist es anscheinend dunkel... Ja, ich hab keine Ahnung... Und Optifine gibts ja auch leider noch nicht... Ohhhh... Ja... Ich glaube auch der einzige Mod den du benutzen darfst ne? Ist auch schrecklich... Ja, ist es auch... Oh jetzt ist mein Eisen... Hallo Eisen, bleibst du wohl hier? Karte wär ja mies, dann könntest du dich ja TP'n... Ja, er kann es ja ausschalten... Ja, ich weiß... Sonst musst du ja bei den extra Options... Ähm... Cheats erlauben... Also bei mir ist das dunkel... Bei mir auch... Autsch... Scheiß Skelett... Scheiß Skelett... Töte ihn... Sterb... Sterb... Töte ihn... Und jetzt schlafen gehen schnell... Ach man, hier gibt's doch nicht mal Bienen oder so... Ich weiß nicht... Auf sowas freu ich mich immer... Nein, da gibt's hier sowas nicht... Und ich fahr wieder aus dem Bett... Ja, nicht so wie ich... Ich spawne irgendwo in der Wallachai... Wenn ich sterbe... Obwohl ich ein Bett hatte... Ach... Jetzt weiß ich warum du auf und zu... Leiter wirst... Weil das... Weil du sprichst... Machst der das automatisch... Nee... Der Master-Regler... Ja toll... Deswegen... Das ist normal so... Ja, durch die App, ne? Ja, kannst nix machen... Immer diese Apps... Jetzt gibt's doch noch ein Creeper... Epsen! Creeper hat... Man hat nur$1 gemacht, aber im Wasser... Schade... Ich dacht... Hätte hisperson... Deine ganze Bude zerfetzen müssen... preciso nur gim.. Aus... Halt er nicht... Gehare mal Turbo für greed... Boah... Toil... Wie viel Eisen habe ich da mittlerweile... 45 Radio... Jährst reich, glaub ich... Weniger als du... Ah... Ich brauche mal wieder was... Na, kann ich euch wieder füttern, ja. Mach mal Poppi Poppi Pop. Ihhh. Pop Pop. Ach ja, du hast ja Pferde. Da war ja was. Äh, die Schafe. Wollten Poppi Poppi Poppi. Poppi Poppi Poppi. So, wie komm ich jetzt am schnellsten? Ich weiß gar nicht, wie ich hier hingekommen bin. Das ist auch die beste Frage, wie ich hier hingekommen bin. Ja, das ist immer die beste Frage, wenn man lange nicht mehr gezockt hat. Ja. Ich glaube, guck mal, hier sind Fackeln. Das kann nur was Gutes heißen. Sollte es. Fackeln. Fackeln auf, Pilz. Boah. Ich hänge nur noch Holz. Jetzt, weißt du, sagst du, nimmst du auf, vibriert das Handy. Oh, das ist ja nichts Neues. Ich kann da jetzt auch nicht drauf gucken, dann haut man eine Uhr ab. Kannst du das gleich machen. Cool. Das ist doch nervig. Und warum hängt hier eigentlich ein halber Baum? Weiß ich nicht, weil du den nur halb abgefällt hast, weil du wieder zu faul warst. Hm. Kann sein. Ich brauche immer Cola abbauen, hauptsache XP-Farm. Ich brauche wieder so ein Superschwert. Jupp. Wenn du meins. Was du verloren hast beim letzten Mal, ne? Beim Wage-Mode. Aber nicht wegen mir. Nein. Nur nicht. Ich guck mir diese Folge an. Können mich ja immer noch ein bisschen aufregen, ne? Aber nur ein bisschen. Geht doch noch. Ja, das ist meine Schuld. Doch. Baut mal nochmal die Angel. Äh, mit drei Sticks, diagonal und zwei Fäden. Rechts runter. Ich wollte gerade sagen, bist du sicher? Na, hat sie funktioniert? Ja, hat er es. Leider. Leider hattest du recht. Es ist schon schrecklich, wenn man mir recht gibt, ne? Hat man mir gestern nochmal bestätigt. Mir recht zu nehmen ist schrecklich. Ja, leider. Leider ist das schlimm bei ihm. Er bildet sich da nochmal was drauf ein. Ja, das ist ein Schreckling. War Knallschütten wieder am Aufnehmen. Wotst du fort? Was sind das denn für Effekte jetzt? Weiß ich doch nicht. Was hast du denn wieder gemacht? Beim Angeln. Ja, zuppelt dann jetzt immer. Und dann gehen die Fische, sie sollen Fische darstellen. Erst fängt es an, dass da übertroffen sind. Dann siehst du mit einmal voll so blubblubblubblub und dann siehst du es da hinschwimmen. Das ist gut gemacht, finde ich. Ja, das ist doch besser so. Dann siehst du, wenn die da drauf gehen. Zack. Ah, einen Fisch habe ich schon. Nein, meine Eisenspitzeck ist kaputt. Also normalen Fisch, ne? Ja. Ich hätte ja auch einen Fisch schon mal gebraten gehabt. Ja. Ich könnte auch gleich mal eine Runde angeln. Ich habe auch irgendwo die Zettel, ja. Und da sind sie. Boah, die Schafe und das nervt gerade voll. Nee. Ja, wir haben ja keine Mods. Ey, Kugelfisch. Jetzt gibt es ja den Soundbuffer. Mhm. So, sag mir mal einer, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, ich brauche jetzt hier noch 10 Minuten raus, um diese Hülle. Weg zu kommen. Wie viele verschiedene Fische gab es? Ähm. Weiß ich nicht. 4, 5. Ja, ich habe meine Zettel hier gerade nicht so liegen. Ähm. Muss ich gleich mal suchen. 4, Clown-Fisch, Puffer-Fisch, Warth-Solomon und Fisch. Okay. Das wird wohl Lachs sein. Ich meine, Lachs gab es auch. Lachs, Lachs, Lachs. Nein. Mein Inventar ist voll. Ich habe auch eine Wasserflasche gegangen. Okay. Ja. Natürlich auch geil. Ach, ja, das Braun. Da war ja was. Ach, das Geile ist, wenn du keinen Platz hast, dann nimmst du das nicht mal auf. Das fliegt doch nicht doch da. Ein Rohrlachs, Kugelfisch und Rohrfisch. Äh. Das fehlt noch dem... Was ist denn? Puffer-Fisch wird der Kugelfisch sein? Ja. Ja, das hast du ja alle. Ah, nee, der Clown-Fisch fehlt dir noch. Ähm, Clown-Fisch, Puffer-Fisch, Law-Solomon und Fisch. Ja, das wird der Lachs sein. Ja. Also einer fehlt nur noch. Was ist denn für ein Bug? So. Schöner Clown-Fisch. Hm. Ach, hier Clown-Fisch. Eine Steinspitze-Facke. Ach, ich habe auch noch genug Essen mit. Ich wundere mich, warum habe ich denn so viel Essen mit? Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Komm, der letzte Fisch fehlt noch. Komm, komm, komm. Ich will keinen normalen Fisch. Obwohl, ja doch. Ich muss nur noch einen Dschungel finden. Okay, wo bin ich denn hier? Ach, da sind meine Fackeln. Da braucht man nicht mal eine Katze. Miau. Miau. Und einen Hund habe ich auch noch nie gefunden. Doch, ich habe einen gefunden. Habe aber natürlich keine Knochen mitgehabt. Ja. Selber schuld. Nein. Ich glaube, ich gehe dann ja nächstes wieder auf Suche. Ich auch. Ich lade dann alles ab, was ich nicht brauche. Und dann nehme ich ein paar Knochen mit, dann nehme ich Fisch mit und dann gehe ich los. Ja, deswegen. Vielleicht findet man ja unterwegs ja noch ein paar Dörfer oder so wieder. Ach ja, und meine Koordinaten habe ich jetzt aufgeschrieben. Ich nehme wieder einen Kompass mit. Na, brauche ich nicht. Doch, ich brauche einen Kompass. Ich kenne mich. Mir reichen, wenn ich die Koordinaten aufschreibe. Ach, einen Bogen muss ich ja auch noch verzaubern, damit ich Unendlichkeit bekomme. Fischi, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Ey, du scheiß Fisch. Bewegt dich endlich. Inventar mal hier. Aber Knochen kann ich farben, Gott sei Dank. Ich habe ja gerade einen Spawner gefunden. Was du ja gott sei Dank gesagt hast, dass das ein Dungeon ist, ne? Ich dachte auch, hey, warum soll das denn ein Dungeon sein, wundere ich mich so. Ja, aber ist so. War das nicht so, dass man Köder jetzt ranhängen konnte? Soll ich dir mal ehrlich sagen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir zucken das mal nicht. Du konntest die Angeln auf jeden Fall verzaubern. Ach ja. Das war das. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen. Mhm. Oh, ich habe jetzt keinen Platz für die Kartoffeln hier. Kartoschkis. Ich bin immer noch Level 28. Oh, weißt du, was ich hier sogar machen kann? Weißt du, den Bugswitch? Habe ich den eigentlich aufgestellt? Bugswitch? Hier, das, was wir beim Projekt auch haben. Das ist ja rein Vanilla nur. Ja, ja. Das heißt, Knochenmehl reinwerfen und ich habe genug Essen immer. Aber wieso, wieso eigentlich? Rein Bugswitch, als hier die ganzen, als hier Kittykin und Komet runterkam, nachdem ich das andere Ding fertig hatte. Genau. Mhm. Da war ja was. Da hast du auch ein bisschen weggespringt, aber nur die Western-Leitung war weg. Ja, ich habe es gesehen. Wollte ich mich eigentlich beschweren. Und wenn jemand wieder alles kaputt gemacht hat. Kann ich dafür, dass das Scheißding mit einmal runterkommt? Ja, ich weiß auch nicht, warum das auf einmal runtergekommen ist. Ich wollte das Ding gerade setzen, also den Meteoritschild, und mit einmal kommt das Ding runter. Natürlich richtig geile Aktionen dann. Ja, aber jetzt ist das gesaved da oben. Das hat ein Radius von 255. Hä, 256, du Vogel, du. Der gehört 255. Chunks oder Blöcke? Im Radius, keine Ahnung. Ich habe nur gehört, ein Radius von 255. Kann ja natürlich alles heißen. Hm. Ach, hier habe ich schon, was habe ich denn, ach, den Clown-Fisch habe ich schon. Aber Johnny hat schon versucht, den Kittykin zu rufen, weiter weg, als das Ding aufgestellt war. Ja, ging nicht. Also hat das wohl so einen Schutz drin, dass der Kittykin mit gar nicht kommt mehr. Weiß ich nicht. Oder ganz weit weg irgendwo. Ja, oder noch weiter weg. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist der Radius ja auf Chunks dann bezogen. Hm. Das kann natürlich auch sein. Boah, ich habe wieder Truhen. Das ist ja natürlich Highlight hier. Auch geil. Wir sind hier normal in Minecraft und unterhalten uns über das Mod-Pack. Ja, warum nicht? Ist doch geil. Also ist doch egal. Wir machen da sowieso fast alles gemeinsam. Mir fehlt immer noch der Clown-Fisch. Haltbarkeit habe ich jetzt. Haltbarkeit 2 auf diese Zeug bekommen. Vielleicht noch das Schild. Ne, komm, die Eisenspitze hat genug verzaubert. Weißt du, was ich gerade geangelt habe? Hm, ein Schuh. Ein Knochen. Oh. Oh mein Gott. Siehst du, ich anschwimmer, dann wird er damals erst in den Knochen. Toll. Warum setze ich jetzt gerade einen Block vor die Tür? Kann man schon mal sagen? Weil du schlecht bist. Wir haben noch vier Minuten. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ich muss gerade mein Bett abbauen. Oh mein Gott. Ich muss das Bett vor allem abbauen. Du bist schlecht. Aber ich nehme auf jeden Fall wieder ein Bett mit unterwegs mit, dass ich dann schlafen gehen kann. Ja, ich glaube, ich brauche mir auch noch ein zweites. Weil ich riskiere das nicht mit meinem Level, dass ich da sterbe. Doch, hoffentlich. Stell dich jetzt nicht an. Hey. Komm doch mal, dummer Fisch. Lass den Fisch in Ruhe. Der kann nichts dafür, dass der dumm ist. Boah, fast die ganze Folge am Angeln. Das wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Ja, ist normal. Und das wird gerade schon wieder dunkel. Ne, bei mir nicht. Bei mir ja. Leider, leider, leider. Ich muss wieder mein Haus super schön erweitern hier. Das sieht ja richtig schön aus, das Haus, Kerl. Da kriege ich ja den Architektenpreis. Ey, das glaubst du nicht. Bin ich eigentlich lauter als sonst? Nö. Also gut, ich habe dich sowieso gerade einen Moment leiser gestellt. Ach so. Ja, wo ich gestern den Regler ein bisschen lauter gemacht habe bei mir. Nö, alles gut. Weil ich so einiges ja umgestellt habe. Ja, weil du wieder langweilig hattest, weil du wieder null Müll machst. Ja. So. Komm, ich will schlafen. Da ist mein Eingang gewesen. Komm, ich fahre wieder vor aus dem Bett. Warum machst du das denn auch? Ja, wenn die Ofen hängen über mir. Normalerweise ist da ein Block zwischendurch frei. Ja, aber es bringt ein Block. Du musst mindestens zwei haben. Ja. Ach, scheiß doch. Dann fahre ich halt immer aus dem Bett. Oder ich lasse das einfach am Boden ein. Nee, habe ich auch schon gemacht, den Boden ein. Und hab, ähm... Ja, ihr braucht dann einen Block auch nehmen, ne? Das heißt, der muss ja irgendwo raussteigen können. Habe ich ja auch gemacht. Okay. Das ist ja das Problem gewesen. Naja. Liegt schon hin. Habt schon alles. Ja. Sollst du schon irgendwie hinkriegen? Du schaffst das schon. Du bist ja Master of Disaster hier. Oh, du scheiß Klauenfisch. Oh, ich glaube, ich brauche wieder Holz. Weiß gar nicht, welche Folge ist das bei mir jetzt eigentlich? 22, ne? Ja. Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, wir sind eine Folge Unterschied. Du warst alle 21, ne? Möglich. Möglich, möglich. Möglich, möglich. Aber nur möglich. Achso, möglich ist es, ne? Unmöglich? Na, dann kann das auch nur möglich sein. Also es ist möglich, dass wir eine Folge Unterschiede sind. Es ist möglich. Ja, aber das war auch, dass wir eine Folge Unterschiede haben. Außer du hattest zwischendurch noch aufgenommen, eine Folge. Nein, den habe ich nicht. Nö. Ich wollte mit dir mal aufnehmen. Dann haben wir unterschiedlich. Ja, bringt auch mehr Spaß, ne? Nein. Nee. Nein. Geh weinen. Gute Minute noch. Centus mag schmeck. Du stinkst nach... Keine Ahnung was. Ja. Das ist schon schlecht, wenn auf meinem Namen sich nichts reimt, was zu essen geht. Und du stinkst nach Stinker. Hä? Fick dich, Flasch! Halt doch, Maul! Halt dein Maul! Ja! Erkennst du doch schon von mir. Fick dich! Fick dich, Flasch! Sonst werden wir nachher gesperrt. Wie bei der Xbox One. Ja. Das gelesen, ey. Was für eine lächerliche Aktion. Das ist es auch. Zensieren, weil man Stimpfwörter sagt. Aber im Spiel kommen Stimpfwörter vor. Dann können die, kann man sagen, Ja, tschüss, wir haben keine Lust mehr dazu spielen und sind weg. Ja. Das ist natürlich geil. So, ich guck gerade halbe Minute noch. Hm, ich weiß. Schon gesehen. Jetzt mach ich gerade mein Dach noch fertig, damit ich irgendwo gleich pennen kann. So, dann eine Fackel rein und Ruhe ist hier im Puff. Ich glaub, das... Na, kommt nicht. Beißt du noch einen Fisch an? Na? 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 Schaff ich noch zwei Truhen? Darf ich noch einen Fisch? Schaff ich sogar noch vier? Nö. Ich muss raus. Okay, ich bin auch raus. So, Leute, dann bedanken wir uns fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.